Also egal, ob die Bayern jetzt Meister geworden sind oder noch eine Woche hätten warten müssen, dieses Spiel ist für mich total offen, 50-50. Wenn eine Mannschaft in der Lage ist, auch in München zu gewinnen, trotz der nicht so günstig verlaufenden Saison, dann ist es für mich Borussia Dortmund. Und wenn man sich die ganzen Spiele der letzten Jahre anguckt, es war immer eng. Die meisten werden vergessen haben, dass Dortmund vor dieser Saison den Supercup noch 2-0 gegen Bayern gewonnen hat. In München das Hinspiel 2-1 für Bayern, Rückspiel 1-0. Also es wird eng und die Dortmunder werden alles in die Waagschale werfen. Also ich freue mich auf das Spiel. Absolutes Highlight, die Wiederholung des letztjährigen Finales. Und ich halte den Ausgang dafür total offen. Auch die beiden Spiele in der laufenden Bundesliga-Saison zwischen Bayern und Dortmund waren sehr eng, obwohl die Bayern einmal 2-1, einmal 1-0 gewonnen haben. Also da ist alles möglich. Und ob die Bielefelder nochmals in der Lage sind, so aufzutrumpfen, also schon vor der letzten Runde gegen Gladbach hat man ja gesagt, also das wird sich nicht wiederholen. Und es hat sich doch wiederholt. Also so oder so sind die Wolfsburger gewarnt. Und auch von denen weiß ich natürlich, von meinem Freund Klaus Allhofs, wie gerne sie nach Berlin kommen würden. Wir sehen uns mal hier. Ja, ich freue mich. Vielen Dank.